Ähm, Entschuldigung, haben Sie vielleicht ein bisschen Geld für mich? Ich wollte mir was zu essen kaufen. Aber natürlich, mein Junge. Hier hast du 5 Euro. Danke. Guten Tag, ich würde gerne das Handy hier kaufen. Das macht 100 Euro einmal bitte. Wo ist denn meine 100 Euro? Oh, ich hab bestimmt mein Geld verloren. Sie haben ihr Geld nicht verloren. Sie haben diesen einen Jungen da eben aus Versehen wahrscheinlich 100 Euro anstatt 5 Euro gegeben. Was? Warum hat er aber nichts gesagt? Ich wollte doch das Handy hier meinem Enkel zum Weihnachten kaufen. Ich weiß es nicht. Gibt es vielleicht irgendwas, was ich wie 5 Euro kaufen kann? Wissen Sie was? Das Handy geht aufs Haus. Sie müssen gar nicht zahlen. Bitte was? Nein, nein. Ich kann das Handy hier niemals umsonst annehmen. Wenn Sie es jetzt nicht annehmen werden, werde ich sehr traurig sein. Ich weiß wirklich nicht, wie ich mich bedanken soll. Mein Enkel wird Sie sehr über das Handy hier freuen. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Vielen Dank.